Jaa, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary endlich mal wieder auf meinem Kanal in Advanced Warfare. Wir spielen hier eine Runde Team-Deathmatch auf Retreat. Ich habe die Drohne dabei, Systemhack, natürlich ASM1, ihr wisst Bescheid, meine beste Waffe auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mehr so viel COD gespielt gehabt, habe jetzt gestern wieder ein bisschen angefangen, habe auch ein, zwei DNAs gemacht, eine sogar in Liga, aber wie gesagt, das ist halt auf einem Unlock All, deswegen brauche ich euch das gar nicht zu zeigen, das ist wie Public-Spielen. Ähm, und ja, wir schauen mal, was jetzt hier so geht. Ähm, da ich auf einem Unlock All, wie gesagt, spiele, werde ich natürlich versuchen, hier eine kleine, aber feine DNA-Flash für euch zu erspielen. Er hat natürlich mal wieder die Hunderter. Ich kann einfach nicht respawnen, ist auf jeden Fall geil. Ja, Digga, was ist das hier? Alles klar, dann darf ich wohl doch mal weiterspielen hier, auf jeden Fall geil. Ähm, so, wir schauen mal, was hier so geht. Stülpst doch mal. Der bemerkt es in der Zeit gar nicht, dass ich da die ganze Zeit rumschieße. Ja, die spawnen einfach hinter mir, alles klar. Egal, kein Ding für mich. Ich mach das schon. Okay. Alles klar. Oh mein Gott, ich hab so ein Pech, ne? Ich muss es wieder hier runter machen. So. Ich hab auch gleich noch ein bisschen was anzukündigen, weil ihr werdet heute noch ein weiteres geiles Video sehen, aber nicht auf meinen Channel, ja? Ähm. Alter, was ist los mit denen? Sondern auf dem Kanal von Luca Sinjo, meine Freunde, ja? Für die Leute, die den noch nicht kennen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Äh, da hab ich ein bisschen mitgewirkt. Ist auf jeden Fall richtig lustig geworden, würde ich mal sagen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall euren Spaß haben. Das Video wird um 16.30 Uhr hochgeladen. Ähm. Ist ein richtig lustiges Ding auf jeden Fall. Weil der Typ hat's einfach sowas von drauf, Leute. Ohne Witz. Der ist so genial. Äh. Guckt euch einfach da mal ein paar Videos von dem an. Vielleicht lasst ihr ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt. Der ist auf jeden Fall, äh, richtig, richtig geschmeidiger Typ, Leute. Kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. So. Ich will mich jetzt hier aber auch mal ein bisschen darauf konzentrieren, dass ich hier auch mal was schaffe. Team-Mails nehmen einfach wieder die kompletten Kids. Digga! Er nimmt ihn sich mit einem Schuss. Was ist denn da los? Das kann nicht sein. So, der will nicht rauskommen. So, jetzt Dröhnchen, Alter. Jetzt Dröhnchen, Mann. Das muss doch hier aber mal was gehen. Zack. Jetzt wird rasiert, Alter. So, der ist auch wieder da oben. Wo ist er? Da. Okay, hab ich. Jetzt geh ich hier runter, Alter. Hier, hier wird jetzt rasiert. Hier wird jetzt richtig rasiert. Zack. Leute, ich bin schon wieder so am sweatern, ohne Witz, ne? Oh, der geht da runter. Oh, nee. Alter. Wie kann man sich denn alles so nehmen? Ich wünschte, ich könnte das auch. Alter. Ich darf diese Drohne eigentlich für meine Mates gar nicht raushauen. Die nehmen sich ja dann echt alles. Weil meine Mates können, glaube ich, halbwegs schießen. Und das ist das Problem. Meine Mates müssten genauso behindert sein wie die Gegner. What? Als ob der sich jetzt auf einmal umdreht. Okay. Aber es ist noch drin. Weil diese Team-Death-Match-Runden gehen ja jetzt irgendwie immer bis 100. Deswegen hat man da ja echt übel viel Zeit. Ich brauche jetzt halt bloß nur die Kills, weil die Mates haben hier Bombardierungen mit zwei Bombardierern und so ein Scheiß. Alter, die scheißen ja richtig rein. Was ist denn los mit denen? Ich muss über die ganzen Map rennen, um einen Kill zu kriegen die ganze Zeit. Alter, wenn ich das noch schaffe, das wird super knapp. Ich muss mir jetzt hier die ganzen Kill snacken. Okay, 25er. Das kann auch was werden. 26. Let's go, Leute. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. 27, wie er da campt, Alter. Nee, 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 28. Huh. Huh. Zeig mir Drohne, wo sind die? Okay, okay, okay. 28, Leute, 28. Die mache ich safe von hier. Nichts. 29. 30. Oh mein Gott. Hätte der mich jetzt gekillt, ne? Dann hätte ich so geweint, Alter. So, DNA raus, Alter. Zack. Leute, direkt erstes Live-Kommentary wieder. Geht auf jeden Fall richtig ab, Mann. Meine Fresse, Alter. Let's go, Alter. So muss das sein. So muss das wieder losgehen. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. Oh. Ich bin hier schon am Rumsabbern, ey. Ich bin ja immer noch ein bisschen krank. Das fuckt halt überhaupt ab, aber... DNA, Leute. Es ist wieder am Start. Es ist wieder am Start. Ja, wie gesagt. Schaut bitte bei Luca Senior vorbei. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Video geworden, was er da gemacht hat. Äh, demnächst kommen auch wieder die Zusammenschnitte. Da wird er dann auch mal dabei sein. Ähm, von Black Ops 2 auf der PS3. Ihr wisst Bescheid. Ähm, weil die habe ich nämlich bald wieder am Start, Leute. Da wird wieder richtig rasiert. Das wird wieder richtig geil. Und... Meine Fresse, dieser Scheiß-Husten, ne? Ähm, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einfach einen Daumen nach oben. Über 300 Likes für die Live-DNA würde ich mich mal wieder richtig freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.